Die 24. Sportgala des Vogtlandes ist diesmal in der Musikhalle in Markneukirchen zu Gast. Am 28. März werden dort die besten Sportler des Vogtlandes aus dem Jahr 2019 geehrt. Noch bis zum 24. Februar kann dafür abgestimmt werden. Neben dieser Spannung auf das Resultat der Abstimmung ist es vor allem die auf die jeweiligen prominenten Paten der Ehrung. Sicher scheint, RTL-Sportmoderatorin Ulrike von der Gröben wird wieder durch den Abend führen. Die Vogtland-Sportgala ist ein abendfüllendes Programm. Sie beinhaltet einerseits die Ehrungen, die vielen interessanten Gespräche mit den Promis, aber auch unterhaltende Beiträge und Showeinlagen. Sie bedarf einer intensiven wie sicher langen Vorbereitung. Die liegt seit Jahren in den Händen von Kramer Sportmarketing in Auerbach und dort weiß man, wie der Stand der Vorbereitungen ist. Ich denke, so gut, wie sie zu dem Zeitpunkt laufen müssen. Wir haben die Halle gemietet, wir haben den Kederer verpflichtet, wir haben das Drumherum so weit auf den Weg gebracht, dass wir an dem Abend rund 850 Gäste empfangen können und die natürlich auch an dem Abend hoffentlich gut unterhalten und natürlich auch gut bewirten können. Der Mann, bei dem all diese Fäden zusammenlaufen, ist natürlich im Sportbereich kein Unbekannter. Er kennt eine Vielzahl der Sportler selber und hat sicherlich auch seinen Favoriten. Also da würde ich dann darum bitten, dass ich neutral bleiben darf. Sie sind mir alle sehr lieb, also ich möchte bloß all denjenigen, die abstimmen, schon mal mit auf den Weg geben. Alle, die dort auf dem Stimmzettel stehen, so ist es richtig, haben es verdient, haben tolle Leistungen vollbracht. Das Vogtland hat also eine ganze Menge an Nachwuchsleistungssport zu bieten, aber auch um richtigen Hochleistungssportkandidaten zu bieten. Da kann man jeden wählen, da gibt es keinen Fehler. Also ich bin neutral und begeistert, dass wir so viel tollen Sport auf die Bühne bringen können. Immer wieder zum Staunen bringt die Agentur die Gäste des Abends, wenn die Sportpromis aufgerufen werden, die die Paten für die jeweilige Ehrung sind. So standen bereits zig Weltmeister und Olympiasieger, Sympathieträger verschiedener Sportarten auf der Sportgala-Bühne. Aus welcher Richtung könnte es denn einen Tipp geben, wer diesmal in Markneukirchen als Promi erwartet werden kann? Also wir haben uns in diesem Jahr wie in den letzten Jahren natürlich auch bemüht, einen aktuellen Bezug zu bringen. Der aktuelle Bezug sind immer die zurückliegenden Meisterschaften, die es gibt in Mannschaftssportarten, natürlich auch in Einzelsportarten. Wer sich da ein bisschen näher beschäftigt, weiß um welche Sportarten es geht. Wir haben Olympia vor der Brust. Es ist der große Ehrgeiz, den wir haben, dass wir auch jemanden auf die Bühne bringen, der ein paar Monate später unsere Farben auch bei Olympia vertritt. Aber die Tinte ist noch nicht trocken unter den Unterschriften. Aber ich glaube, jeder, der uns kennt und in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass der Ehrgeiz groß ist, Leute auf die Bühne zu stellen, die auch einen hohen Wiedererkennungswert haben. Bis dahin also schön neugierig bleiben und das Abstimmen nicht vergessen. Bis zum 24. Februar ist noch Gelegenheit dazu. Stimmzettel sind unter anderem im Vogtland-Anzeiger abgedruckt.